Hey Leute und willkommen zu einem kleinen weiteren VR-Spiel. Lia spielt nämlich Invasion. Da kann sie zwar nicht viel spielen, aber ganz süße Häschen gucken. Ja, Häschen. Geht los. Freust dich schon drauf? Ja. Das ist total niedlich. Dann soll ich deine Kamerasicht kurz nochmal stabilisieren muss. Na ja. Das ist wirklich total niedlich. Also du kannst halt... Warte, ich hab mal ganz freudig. Jetzt sieht man uns wahrscheinlich gleich. Ist ein bisschen doof mit der TV-Karte, aber... Ja. Mal runter, was steht da? Wir inspire you to dream through enchanting stories and characters that you fall in love with. Oh süß. Ja, ich will das. Dass die Leute jetzt denken, ich fummel an dir rum, ich hab nur den Gamepad hier vor ihr, dass man das gleich stabilisiert. Du darfst doch an mir rundfummeln, das weißt du doch. Across the Gulf of Space Minds that are to our minds as ours are to the meekest and most vulnerable piece that easily perish on Earth. Intellects, vast and cool and unsympathetic, regarded our planet with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. Das ist voll gut, ne, dass man sich anschauen kann. Ja, voll. Das ist voll gut, ne, Und der Sprecher ist richtig gut. Das ist halt leider nur eine ganz kurze Demo, aber das ist schön. Aber trotzdem. Es will ja keine Demo sein, es ist ja nur ein interaktives, also so ein kleines Filmchen und du könntest dich halt einfach umgucken. Ich finde das so super. Guck mal, wie schön das aussieht. Die Sonne. Das ist super schön. Und es sieht alles so 3D, also wirklich so plastisch aus, als könnte man da hinlaufen. Schau mal. Oh, das ist schön. Oh, wie es hoppelt. Oh no. Oh no. Er weg. Arsch. Sieb hat das? Ja, du bist auch ein Häschen. Oh, ein dickes Häschen. I got my Kuppel wieder. Oh, wie sollt ihr schnuppern? Ja, er schnuppert. Augen vor allem. Ja. Oha. Oh, wie sollt ihr denn vor zwei Häschen? So können Sie die Welt nicht erobern. Nein. Ich muss den Adler aufschießen. Oh, wie das kommt! So die Ärmchen auch nennen? Ja! Klaus Häschen! Thomas putzt dich! Ja! Oh, ja! Yeah! Oh, ja! 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 Das ist so schön. Die Meek werden es defendieren. Ja, dann würde ich sagen, wir melden das bald. Das war's dann mit Invasion. Super süß. Mega süß. Mega süß. Und die beiden kommen wieder in Asteroids dieses Jahr. Die beiden Mac and Cheese. Macaroni and Cheese. Alles klar, Leute. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.